G-Tech Medical Engineering GmbH Projekt RecoverX, die revolutionäre Schlaganfalltherapie. Jeder kann Schlaganfall bekommen. Kann jeder treffen. Die Rehabilitation chronischer Bewegungsstörungen nach Schlaganfall oder Hirnverletzung zählt zu den grossen Herausforderungen in der Medizin. Die derzeitigen Rehabilitationsmaßnahmen in Krankenhäusern oder Reha-Zentren sind teuer, zeitaufwendig und führen oft nur zu geringen Verbesserungen für den Patienten. G-Tech Medical Engineering entwickelte aufgrund der Forschung an Brain-Computer Interfaces, kurz BCI genannt, ein völlig neues Therapiesystem. Das RecoverX-System ist in der Lage, die Vorstellung von einer Bewegung, von einem Patienten zu erkennen und auszuwerten. Und abhängig davon, wie genau diese Vorstellung ist, wird dann eine Stromstimulation ausgelöst und die Hand wird passiv gehoben. Die Verbesserungen der motorischen Störungen konnten in akuten, subakuten und chronischen Stadium in klinischen Studien nachgewiesen werden. Die Therapie haben wir sogar bei Patienten einsetzen können, die 31 Jahre davor den Schlaganfall hatten. Und sogar diese Patienten haben wieder gelernt, Bewegungen auszuführen. RecoverX ist zurzeit in 33 Zentren im Einsatz und wird von Japan bis Hawaii eingesetzt, um Patienten zu behandeln. Durch den multimodalen Therapieansatz, motorische Vorstellungen, Spiegeltherapie und Muskelstimulation sind deutlich schnellere Therapieerfolge als bisher erreichbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017